Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, den Schein Waren anzunehmen bei Shauli Pore im Nether Sturm an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Soweit ich weiß ist keine Vorquest nötig. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das ganze sollte aber euch auch helfen in BC Classic. Außer ihr dürft da vermutlich nicht so pullen wie ich, also ganz viele Mops auf einmal, denn ich glaube da hat man nicht so viel ausgehalten bzw. man hatte nicht so viel Leben. Ihr könnt es aber gerne versuchen und in die Kommentare schreiben ob es geklappt hat, würde mich interessieren. So der Mob ist auch gleich tot und von diesen Reißzahn Luchse bekommt man diese Reißzahn Pelze. Das sind auch schon drei. Ich weiß jetzt nicht ob diese Pelze eine hundertprozentige Dropschance haben. Wir werden es sehen und wenn ja das zählt für BC Retail. Also im Patch 9.0.5, ob es genauso sein wird in BC Classic kann ich leider nicht sagen. Aber falls ja immer wieder gerne in die Kommentare posten, würde mich interessieren. Wow die habe ich einfach weggebombt. Sehr cool und mein Bett hat auch noch viel Leben. Bisschen heilen dann ist es voll. Vier. Wie viele Mops habe ich getötet? Eins, zwei, drei, vier. Also bis jetzt hundertprozentige Dropschance. Was? Questgebiet ist ja sehr groß. Könnte sein, dass wenn ihr die Quest in BC Classic macht, hier nicht so viele Mops sein werden, weil könnte sein, dass mehr Leute diese Quest machen. So und jetzt frage ich noch eine solche Katze. Ein Luchs. Da ist einer. In der Zeit, wo ich den Luchs gesucht habe, ist da der Debuff ausgelaufen. Sehr gut. Mal schauen, ob einer zurücksetzt. Nein. Wieso werde ich geschubst? Was hat mich geschubst? Der Schmetterling? Okay. Motte. Okay, es ist eine Motte. Es ist kein Schmetterling. Uh. Jetzt bekomme ich aber Angst. Hau ich alles um? Alles kaputt und normalerweise drei Pelze. Tatsächlich. Also. Ich wünsche euch mein Dropglück bei dieser Quest. Das war ziemlich cool jetzt. So. Kann sein, dass ihr auch gerne Quest-Item sucht. Dann wünsche ich euch nicht mein Dropglück. So. Quest ist abzugeben bei Shauli Pore. Im Nesersturm. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem gibt es in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It's okay. Ende. Ende.